Hallo und herzlich willkommen zur Nägelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Tele-Stammtisch. Wir beginnen mit der Besprechung des Films Siberia und Siberia ist ein Film mit Willem Dafoe in der Hauptrolle, ein Film der auch schon bei der BDNale im letzten Jahr lief. Wir haben den Film für euch besprochen, was so viel bedeutet wie, dass der Dom sich für euch den Pressescreener gegeben hat und Stu ihm dazu ein paar Fragen stellte. Die Kritiken, die man anderswo im Netz findet, sind sehr zerstörend, also desaströs quasi und nun ja, was der Dom davon hält, das erfahrt ihr in der Besprechung von den beiden Jungs. Im Anschluss gibt es einen Solo-Beitrag zur aktuellen, vielen nahen, glaube ich, Staffel auch von Tote Mädchen lügen nicht. Diese Serie hat sich der Berg für uns gegeben und hat jetzt hier eben auch die letzte Staffel für euch rezensiert. Da also ein Solo-Beitrag auf eure kleinen Öhrchen. Ja und zu guter Letztes noch der Beitrag zum Film, die schönsten Jahre eines Lebens und das ist quasi der dritte Teil einer Reihe, die so ein bisschen vergleichbar ist mit dieser After Sunset Reihe. Also wir haben hier einfach ein älteres Pärchen, das sich alle 20 Jahre trifft und da ist dann jeweils so ein Film entstanden. Jetzt gibt es hier quasi, wie man so will, das große Finale. Die haben in jungen Jahren nur irgendwas zusammen erlebt, dann gab es einen zweiten Teil und jetzt hier eben den dritten. Ich glaube, man muss die ersten beiden Teile nicht kennen, denn es wäre auch wahnsinnig schwer, da jetzt noch ranzukommen, sich die anschauen zu wollen. Ich hatte es versucht, ich habe noch Geld ausgegeben, aber man kommt da nicht für vernünftiges Geld an den ersten Teil insbesondere ran. Der zweite ist, glaube ich, bei Prime Video zumindest gegen eine Leihgebühr irgendwie bekommbar, keine Ahnung. Nun gut, jetzt gibt es hier eben den dritten Teil und diesen dritten Teil haben für euch besprochen Andi und Max. Nix genaues weiß ich nicht. Ich denke mir, dass das hier eine ganz coole Veranstaltung geworden ist, denn die beiden stehen ja auch quasi als Synonym beim Tele-Stattisch für Liebe. Und wenn es um Liebesfilme geht, dann sind die beiden Jungs genau die richtigen Ansprechpartner. Ich wünsche euch viel Spaß bei unseren drei Filmkritiken und freue mich auf euer Feedback, das hinterlassen könnt auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube Upload. Ebenso könnt ihr uns noch Bewertungen hinterlassen bei Apple Podcasts, bei Facebook, bei Google.de oder bei Podcast.de. Überall dort sind so Bewertungen total toll und so und würden uns eben einfach helfen, noch ein paar mehr Leute mit unseren Filmbesprechungen zu erreichen. Dann also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao. Es ist Juni und draußen regnet es bei mir, aber immerhin schneit es nicht, so wie in Sibirien. Und damit Hallo zu dieser Besprechung des Films Sibiria und an meiner Seite der Dominik. Hallo. Hallo, ist du. Ich möchte mich für diese Einleitung entschuldigen, aber mir fiel jetzt auf die Schnelle nichts Besseres ein. Ja, also bei mir regnet es nicht. Bei mir nieselt es nur noch, aber den ganzen Tag schon so, weißt du, so 20 Stunden Nieselregen, dann öffnet sich die Himmelsdecke und dann kommt wieder Nieselregen. Ja, sowas kann ich überhaupt nicht leiden, das ist für mich so halbherziges Wetter, von wegen der Himmel soll sich entweder auspissen oder es sein lassen, aber so dieses Halbherzige geht mir auf den Sack. Ja, wobei ich ja jetzt gehört habe, dass am Wochenende bei uns in NRW es wohl ordentlich regnen und donnern und blitzen soll. Kurz vorhin, wir nehmen diesen Podcast am 10.06.2020 auf. Ich weiß, es ist euch allen scheißegal, aber es ist... Ja, morgen ist Frohnleichnam. Genau, Happy Kadaver Day. Genau. Happy Kadaver Day, ja. Passt vielleicht sogar hierzu ganz gut, der Film. Ja. Wusstest du übrigens, dass Frohnleichnam irgendwie falsch übersetzt worden ist? Das heißt eigentlich, das bedeutet eigentlich was anderes. Aber wir schweifen, glaube ich, jetzt schon nach nicht mal einer Minute ordentlich ab. Du schweifst ab, nicht? Ja, ich schweife ab, es tut mir leid. Ich versuche damit zu kaschieren, dass ich den Film gar nicht gesehen habe. Oh, weah. Und jetzt? Wir wollen uns doch hier an Ort und Stelle treffen, auf diesem eisigen Hügel, mit unseren zwei sprechenden Fischen, die Don't Worry Be Happy singen und über diesen Film quatschen. Wusstest du eigentlich, dass Don't Worry Be Happy mal die erste Maxi-Single war, die ich hier besessen habe? Aber gut, ich schweife schon wieder ab. Wie gesagt, es geht um Siberia, den neuen Film vom ehemaligen Skandal, Regisseur Abel Ferrara, der am 2.7.2020 in die deutschen Kinos kommt. Der wurde, wie viele andere Filme auch, verschoben wegen Corona. Ich glaube, der sollte ursprünglich im März, glaube ich, starten. Ja, hatte auf der Berlinale Premiere, glaube ich. Und ist auch da schon relativ, also irgendwas habe ich gehört, dass die Berlinale-Journalisten so im Minutentakt im letzten Drittel aus dem Saal gegangen sind. Ja, also was ich jetzt so vom Kritikerspiegel hier so sehe, kam mir auch echt nicht so gut an. Und das, obwohl William Dafoe mitspielt, der hat ja auch im letzten Film von Abel Ferrara mitgemacht, dieser Tommaso und der Tanz der Geister oder wie er hieß, da haben wir auch eine Besprechung. Da habe ich damals den Pascal Ushkün Rus interviewt. Ja, und jetzt kommt eben Siberia. Es ist nicht der Film mit Keanu Reeves. Das heißt, wer deswegen jetzt hier zuhört, tut mir leid, Leute. Jetzt habt ihr leider zweieinhalb Minuten vertan. Danke, Moviepilot. Die haben den falschen Affiliate-Link eingefügt. Das ist wirklich so. Da dachte ich mir so, William Dafoe sieht aber echt noch schnittig aus. Also ich muss dir eins sagen, ganz ehrlich, ich meine, dieser Podcast, ich meine, nur einer von uns hat den Film zwar gesehen, aber in den ersten drei Minuten haben wir unglaublich viele super Zusatzinfos und dann auch noch Verbrauchertipps. Ich glaube, das ist der investigativste, journalistischste Podcast des Theodestandes, bei dem ich je anwesend war. Ja, das will auch mal was heißen. Und das bei diesem Film, ja. Gut, dann kommen wir mal zu den uninteressanten Sachen, nämlich zu Siberia. Und du hast ihn gesehen. Das heißt, du kannst mir und den Zuhörern da draußen auch mal kurz erklären, worum geht's. Oh ja, das ist ein schönes Paradoxon, denn es ist zugleich sehr einfach und zugleich sehr schwer. Clint, gespielt von William Dafoe, hat sich zurückgezogen ins Sibirische Nirgendwo, ist ziemlich mit Schuldgefühlen beladen und seine Vergangenheit holt ihn ein in Form von, ja, Personen, die er nicht kennt und beziehungsweise dann wieder doch kennt. Und das Ganze ist so eine Art Selbstfindungstrip im sibirischen Schneegestöber, aber nicht nur Schneegestöber. Ich sagte ja schon, ich habe den Film nicht gesehen und nach deiner Handlungsbeschreibung weiß ich immer noch genauso viel wie vorher. Ja, wenn du den Film gesehen hast. Ich will dir keine Vorwürfe machen, nicht falsch verstehen. Ich habe einen Trailer gesehen, ich habe ein paar Kritiken gelesen, ich weiß die Meinung von ein paar Kollegen, die ihn gesehen haben auf der Berlinale. Und ich glaube einfach, dass dieser Film, von dem, was ich mitbekommen habe, wirklich sehr speziell ist. Ja, sehr speziell und ich sage es frei heraus, ich habe ihn bis zum Schluss nicht zu fassen bekommen. Das heißt nicht, dass ich den Film jetzt durchweg schlecht fand oder aber nicht verstanden hatte, worauf er hinaus will, sondern einfach, weißt du, das Lustige ist ja, Abel Ferrara hat ja kurz zuvor, also kurz zuvor kam ja dieser andere Film von ihm raus und das war ja schon ein autobiografisch angehauchtes Werk, wo auch schon Willem Dafoe eben sozusagen das alte Ego des Regisseurs verkörpert hat. Und ich habe den Film zwar nicht gesehen, aber ich habe mir dann sagen lassen und auch so ein bisschen recherchiert, dass in dem Film schon angerissen wird, dass das nächste Projekt dieses fiktiven Regisseurs, den wir ja in Tommaso dann sehen, dass das eben Siberia ist, also da tauchen wohl irgendwie Konzeptzeichnungen auf von einem Film mit einer Schneehütte und beschnitten Hunden und ja. Und was hier auf den ersten Blick so aussieht wie die Arthouse-Variante von Togo, der ja in einem ähnlichen Setting unterwegs war, also Willem Dafoe in einem ähnlichen Setting unterwegs war, Ja, das täuscht leider, denn dieser Film ist ja ein Selbstfindungstrip und in etwa so wie ein Traumtagebuch, auf dem er wahrscheinlich auch basiert. Also Willem Dafoe spielt ja in Siberia auch wieder mit, er spielt aber nicht dieselbe Figur wie in Tommaso. Er spielt nicht dieselbe Figur, aber er ist eindeutig ein alter Ego des Regisseurs Abel Ferrara, also auch wenn ich den jetzt längst nicht so gut kenne wie beispielsweise der Kollege Pascal, schöne Grüße auch an dieser Stelle, kann man sich schon irgendwie, also wenn man sich die Biografie und Filmografie von Abel Ferrara ansieht, dann passt der glaube ich sehr gut hinein, dieser Film. Das Problem ist nur, also wie ich das mitbekommen habe, geht es in seinen Filmen immer sehr um Sinnsuche, ähnlich wie zum Beispiel auch bei Terrence Malick, der da vielleicht auch eine ähnliche Kerbe schlägt. Und auch mit, ja, Schuld und Sühne und man merkt auch, dass dieser Charakter, dieser Clint, ja eben sehr damit zu kämpfen hat einfach. Also in unterschiedlichsten Varianten merkt man, dass da unaufgearbeitete Konflikte sind mit seiner Mutter, mit seinem Vater, dass er sich zurücksehend in die Kindheit. Das steckt alles irgendwie in diesem Film drin, aber es wird dir, ja, sehr wirr und bizarr transportiert. Obwohl dieser Film eigentlich sehr, sehr ruhig ist, also extrem ruhig, es wird kaum gesprochen. Und außer Willem Dafoe hast du eigentlich nur noch eine Handvoll andere Akteure, die dann irgendwie mit ihm, ja, wirklich teilweise so schräge Sequenzen erleben. Also es gibt dann auch ganz, ganz schräge Ortswechsel. Also man muss sich das wirklich vorstellen wie so ein Fiebertraum, aber ein Fiebertraum, der eher inszeniert ist wie eine Doku. Das mag jetzt ganz komisch klingen, aber ich glaube, das könnte es einigermaßen umschreiben. Okay, wenn man so Filme hat mit Sinnsuche, die auch sehr persönlich sind, zumindest klingt es danach, dass, wie du schon sagtest, der Ferrara da im Prinzip vielleicht seine eigene Sinnsuche bebildert hat. Da können so weirde, spezielle Momente ja durchaus einen Mehrwert bieten. Auch wenn man sie als Zuschauer beim ersten Mal oder beim zweiten oder dritten Mal nicht wirklich rafft. Es macht ja durchaus, oder es kann ja auch durchaus Freude machen, sich da so reinzudenken. Hattest du denn Freude dabei zu versuchen, dich da in diese weirden Situationen reinzudenken? Oder war es vielleicht dann irgendwann noch einfach zu viel, wo du gedacht hast, okay Leute, ich habe jetzt seit einer Stunde guckt den Film und ihr bombardiert mich hier mit irgendwelchen weirdo Zeug und ich kann einfach nicht mehr. Ich komme nicht mehr hinterher. Es wäre eher das Letztere. Es war nicht so, dass ich nicht hinterherkam, aber dass ich mir dann so dachte, ja und jetzt, also ich dachte mir den ganzen Film über what's the point of it, was soll das, wozu soll das hinführen, warum hast du diesen Film gedreht? Und die Antwort kann eigentlich nur sein, für sich selbst. Also was anderes kann ich mir nicht denken. Das muss ja nicht immer zwingend was Schlechtes sein. Ich meine, einer der größten Regisseure der Filmhistorien, nämlich Akira Kurosawa, hat ja mal gesagt, ein Regisseur dreht einen Film als allererstes für sich selbst. Aber hier... Ich glaube aber, der Unterschied ist einfach, ob du den Film für dich selbst drehst oder über dich selbst. Ja, genau. Ja, ja, da schon irgendwo. Es ist sowohl als auch hier. Also er dreht den über sich selbst und auch für sich selbst. Es ist so gesehen eigentlich eine Meditation. Also ich kann mir auch vorstellen, dass Abel Ferrara hier durchaus sich auch sehr seinem Publikum öffnet, was so auch so, weiß ich nicht, seine Vergangenheit angeht. Der hat ja wohl ziemliche Drogen- und Alkoholprobleme gehabt und so weiter. Ja, also Abel Ferrara hat, glaube ich, dafür gesorgt, dass die Kokainbestände in New York in den 70er und 80er Jahren echt immer knapp waren. Also ich bin jetzt kein Ferrara-Experte, aber ich habe einiges gesehen für sein Zeug. Er hat wirklich gute Sachen gedreht, also sowas wie Addiction war toll, das Begräbnis oder er hat auch einen relativ spaßigen Body-Snatcher-Film gemacht. Und in den letzten Jahren ist es ja sehr ruhig um ihn geworden. Dann kam ja dieser Tommaso und dann halt jetzt Siberia. Die werden ja auch gerne so als Comeback-Filme gewertet. Ich weiß gar nicht, ob das so jetzt hinhaut. Aber ich glaube, dass er mittlerweile ja im, ich will nicht sagen, im bürgerlichen Leben angekommen ist. Aber er ist mittlerweile verheiratet, hat, glaube ich, sogar Kinder und ist, glaube ich, auch drogenfrei. Und vielleicht wäre ja so der Beweis, dass man auch ohne Drogen wieder Filme drehen kann. Ja, sagen wir mal so, also er hat ja, glaube ich, schon in diesem Tommaso, hat er, glaube ich, schon eine persönliche Ebene, weil da ist ja Willem Dafoe, der sozusagen sein alter Ego spielt. Und der ganze Film spielt auch, glaube ich, nur in einem Raum. Und seine Tochter und seine Frau sind auch wirklich seine echte Tochter und seine echte Frau. in dem Film. Und hier könnte es sich durchaus ähnlich verhalten. Das Problem ist, dass du, und das ist vielleicht sogar gewollt, du hast einfach null emotionale Connection zu dem Ganzen. Also du sitzt da die ganze Zeit teilnahmslos, wirst mit schrägen Zeug bombardiert, was aber irgendwie nicht so richtig zünden will. Und du denkst dir die ganze Zeit so, ja, was soll das eigentlich? Also Willem Dafoe ist nicht so, dass er schauspielerisch nicht gefordert wird, aber er wirkt teilweise auch irgendwie ein bisschen verloren, wenn ich ehrlich bin. Und dann sind da auch so Szenen drin, da hast du halt das Gefühl, dass Abel Ferrara da irgendwie auch so ein bisschen, ja, so Altherrenfantasien auslebt, sag ich mal. Und das hinterlässt einen etwas befremdlichen Beigeschmack. Ich kann mir auch vorstellen, dass man den Film durchaus anders lesen kann und verstehen kann und vielleicht auch nach hinten raus besser findet, wenn man eben mit dem Werk von Ferrara besser vertraut ist. Und halt eben weiß, wie gewisse Sachen gemeint sind. Aber das ändert nichts daran, dass der sehr, sehr schwer zugänglich ist. Und man fragt sich dann halt am Ende auch, warum? Also Handlungsfetischisten dürften hier überhaupt keine Freude haben. Der Film hat eigentlich keine wirkliche Handlung. Ist eigentlich so gesehen eine Aneinanderreihung von, ja, schrägen Sequenzen. Die sind aber auch inszenatorisch irgendwie nichts Besonderes, finde ich. Also wie gesagt, es ist ein Fiebertraum, der inszeniert ist teilweise wie eine Doku. Also unglaublich nüchtern. Findest du, dass der Abel Ferrara mit diesem Film so ein bisschen nach Aufmerksamkeit giert? Es ist schwer zu sagen. Es wirkt eher wie so ein ... Also es ist nicht direkt ein betulliches Alterswerk, aber ich hab den Eindruck, dass so gewisse Elemente, die ja so stilprägend für ihn sind oder charakteristisch für ihn als Filmemacher, dass die hier teilweise fast schon in die Selbstparodie kippen. Insbesondere im letzten Drittel, wo dann, weiß ich nicht, Willem Dafoe irgendwie seine Sehnsucht nach der Kindheit wird dann beispielsweise damit eingefangen, dass er in einer Szene irgendwie zu so einem gefälligen Song mit Kindern um einen Maibaum rumschlawenzelt. Also das ist schon unfreiwillig komisch teilweise. Und man fragt sich manchmal wirklich, meint der das jetzt ernst in diesem Film? Und dann auch die Ortswechsel. Also das hat schon manchmal seinen gewissen Reiz, so diese Übergänge, wenn du halt, keine Ahnung, er geht dann wirklich von der Schneelandschaft in eine Wüste und dann wiederum in ein Zelt von Nomaden. Und da wiederum gibt es dann einen Übergang zu dem Krankenbett seiner Mutter im Krankenhaus und das alles mehr oder weniger in einem Setting. Das hat zwar irgendwie einen gewissen Reiz, aber du fragst dich halt, ja, was soll das? Weißt du? Das erzählt dir nichts. Es ist schon irgendwie okay, dass Willem Dafoe's Figur jetzt nicht irgendwie krampfig eine sein soll, mit der man sich identifizieren soll. Aber trotzdem fragst du dich einfach immer wieder, was das alles soll. Und am Ende denkst du dir wirklich, weiß nicht, also selbst wenn du irgendwie jetzt so, also klar, du hast etliche Undockstellen, wo du irgendwie das und das reininterpretieren kannst. Aber gerade zum Schluss dreht dir der Film eigentlich fast eine lange Nase und du denkst dir dann echt so, keine Ahnung, selbst wenn ich jetzt mich da, weil weißt du, wie tief reinversetzt hätte, am Ende würde ich mich, glaube ich, echt ein bisschen verarscht fühlen. Okay. Weißt du, wir sollten, du hast ja gesagt, es geht auch viel um Interpretation. Und ich mag Interpretieren immer ganz gerne, aber ich würde sagen, wir kommen zu dem Fazit. Und da will ich jetzt nicht interpretieren, welche Bewertung du dem Film gibst. Deswegen sag mir bitte, welche Bewertung gibst du? Boah, das ist ganz, 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 ganz schwierig. Wie viele tanzende Willem Dafoe's um den Meilbaum vergibst du? Ach Gott, ja. Also der Film ist nicht völlig uninteressant. Ich glaube, dass der, wie gesagt, Kennern durchaus mehr Freude bereiten würde. Mich hat er ziemlich ratlos und teilweise auch genervt zurückgelassen, weil ich das Gefühl hatte, dass der etliche Sachen tausendmal unterstreicht, die einfach völlig klar sind für mich, auf dem wenigen Erzählerischen, was es überhaupt gibt. Ach, deshalb, ja, ich weiß nicht, ich kann dem 2,25 oder so maximal abgewinnen. Eher mit einer Tendenz zu zwei von fünf tanzenden Willem Dafoe's um den Meilbaum. Aber mehr ist das nicht. Okay. Seit wann ist es eigentlich wieder so üblich geworden, man findet schon mal so Drittel und Viertel Punkte verteilt? Das ist ja widerlich. Keine Ahnung. Ich glaube, es ist einfach ein bisschen feige. Ja. Aber bei diesem Film rettet es mir ein bisschen den Hintern. Weil ich Moderator bin, gerade jetzt auch hart durch, so 2,25 ist aufgewertet 2,5. Punkt. So. Ah, nee. Nee, nee, nee. Ja, dann ist es 2,24. 2,25 ist aufgewertet 2,5. Okay, da 2,2. Oder so. Gut, da sind dann zwei Punkte. Ja, weil 2,5 wäre mir echt zu großzügig. Das muss ich ganz klar sagen. Also mehr hat der leider nicht verdient. Dafür wirkt das Ding irgendwie auch teilweise zu sehr wie ein Ego-Trip. Und wie gesagt, so gewisse Aspekte hinterlassen einen sehr merkwürdigen Nachgeschmack, was auch so Männlichkeitsbild und so weiter angeht. Okay, gut. Dann danke ich dir für deine Rezension und deine Meinung. Jo. Will ehrlich sein, ich werde mir diesen Film, glaube ich, nicht angucken, auch wenn ich jetzt Abel Ferrara an sich ganz interessant finde, aber man muss nicht alles gucken. Ja. Wenn ihr da draußen jetzt aber neugierig gewesen seid, wie gesagt, 2.7. kommt der in die Kinos. Wahrscheinlich nicht in alle, sondern nur in einige. Aber wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und Dominik, ich danke dir für deine Zeit. Ich danke euch fürs Zuhören und ich sage Tschüss. Ich danke dir auch und macht's gut. Ciao, ciao. Ein freundliches Hallo an alle Hörer vom Tele-Stammtisch da draußen. Mein Name ist Berg. Man kennt mich vom Film- und Serienpodcast Steven Spoilberg. Und heute mache ich mal ein kleines Solo zur kürzlich erschienenen vierten und letzten Staffel der Serie Tote Mädchen lügen nicht. Doch bevor ich dazu komme, ein kleiner Rückblick auf die Serie. Die hat im Jahre 2017 begonnen mit der ersten Staffel, die 13 Episoden umfasst hat. Und das ist auch die kleine Referenz auf den Originaltitel, der da heißt 13 Reasons Why. Denn in der Serie handelt es sich um eine Coming-of-Age-Serie. Und es dreht sich alles in Staffel 1 um die Schülerin Hannah Baker, gespielt von Catherine Langford. Und die hat Selbstmord begangen und hat mehrere Kassetten hinterlassen, sieben Stück. Und auf jeder Seite einer Kassette führt sie einen Grund für ihren Selbstmord an. Das Ganze kam damals sehr, sehr innovativ daher, hat einen ziemlich coolen Erzählstil gehabt. Und durch die verschiedenen Spannungsbögen, die dadurch aufgebaut wurden, ist dann auch wirklich was sehr, sehr Gutes bei rausgekommen. Ich kann mich noch damals erinnern, dass ich da extrem reingesogen wurde in den Hype dieser Serie, die natürlich auch viel Aufmerksamkeit dadurch erlangt hat, dass sie sich eben mit solchen schwierigen Themen auseinandersetzt. Es geht eben, wie gesagt, um Selbstmord einer sehr jungen Schülerin. Es geht um Vergewaltigung. Es geht um Sexismus generell. Es geht auch um Rassismus. Es geht um den harten Alltag und die Gewalt auch an Schulen. Also das wird alles dort mit verarbeitet und wir haben diese Situation, dass diese Serie dann eben damals auch dadurch in Kritik gekommen ist, dass sie eben diese harten Themen anspricht. Deswegen wurden dann auch immer Triggerwarnungen eingefügt. Es wurde dann immer hingewiesen, dass man sich an verschiedene Stellen wenden kann, dass man, wenn man labil ist, die Serie nicht alleine schauen soll. Und das hat sich dann immer weiter fortgesetzt, denn man muss sagen, im Verlauf der vier Staffeln sind die harten Themen doch durchaus mehr geworden. Das führte sogar im späteren Verlauf dann so weit, dass nachträglich eine Szene aus Staffel 1, und zwar eben die Selbstmordszene von Hannah Baker, entfernt worden ist nachträglich. Das bedeutet, also Netflix hat hier zensiert, hat das rausgenommen und die Diskussionen waren natürlich sehr, sehr groß, aber der Entschluss stand am Ende fest und jetzt mittlerweile kann man diese Szene dort nicht mehr sehen. Wir haben also in Staffel 1 die Auseinandersetzung mit der ganzen Geschichte, mit den Gründen. Wir haben dann in Staffel 2 eigentlich nichts mehr Neues vom Konzept her. Wir sind eben nur mit verschiedenen Hintergründen und anderen Figurenkonstellationen, die sich in der Handlung der Staffel 1 bewegen. Das wurde zwar ziemlich gut gemacht, hat aber im Grunde genommen nichts mehr Neues hinzugefügt. Und ab Staffel 3 haben wir uns eigentlich gänzlich von dem Selbstmord der Schülerin verabschiedet und laufen mit den meisten Figuren, die man eben kennt. Allen voran Clay Jensen, gespielt von Dylan Minnett und die Figur des Justin Foley, gespielt von Brandon Flynn. Und vor allen Dingen dreht sich das Ganze um den Antagonisten aus Staffel 1 und 2, Bryce Walker, gespielt von Justin Prentice. Sehr, sehr gut an dieser Stelle zu erwähnen. Andere Figuren wie Jessica Davis, gespielt von Alicia Bowe, Tony Padilla, gespielt von Christian Navarro und natürlich Alex Dandel, gespielt von Miles Hazer. Und noch viele weitere Jungdarsteller sind hier eben immer noch im Fokus. Es werden neue Figuren eingeführt, die eben über andere Themen, die leicht damit zusammenhängen, sich eben beschäftigen. Aber der Anteil an angesprochenen Mental-Health-Thematiken oder eben Missstandsthematiken wird immer, immer größer. Und das hat jetzt in Staffel 4 seinen Gipfel gefunden. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir doch mal zur finalen Staffel. Im Grunde genommen hatte ich persönlich eigentlich gar keine Lust, mir die 4. Staffel so schnell anzuschauen, weil ich in Staffel 3 schon irgendwie nicht mehr so richtig dabei gewesen bin. Das liegt eben vor allem daran, dass die Handlung, die so toll war mit Staffel 1, halt einfach irgendwie auserzählt ist und man sich eben nur noch aufgrund dieses Franchises, möchte man fast sagen, bewegt, auf den Figuren weiter rumreitet, die Figuren in noch extremere Situationen schmeißt und immer wieder, wie ich finde, mittlerweile sehr, sehr gekünstelt, einfach nur ein Tabuthema, ein schweres Thema nach dem anderen raushaut. Wir haben es in Staffel 4 wirklich mit allem zu tun. Wir haben es mit dissoziativen Störungen zu tun, mit Drogensucht, mit Aids, mit gezwungen zur Sexarbeit zu sein, mit immer noch mit viel, viel Feminismus, mit Sexismus, mit allen möglichen Themen, die sich um Rassismus drehen, um Verrat, um Lüge, um Gewalt, um Vandalismus. Also die Serie spricht immer wieder alles Mögliche an und versucht sich auch sehr krampfhaft in Diversität, in Offenheit mit verschiedenen Sexualitäten. Es werden immer wieder homosexuelle Pärchen gezeigt, die manchmal nicht besonders glaubwürdig rüberkommen. Das muss ich an der Stelle einfach so sagen. Es wirkt einfach so, als würde die Serie irgendwann mal auf so einen Kreuzzug gehen und versucht die Menschen irgendwie von diesem schweren Thema irgendwie zu sensibilisieren. Dabei versuchen sie halt möglichst auf Masse zu gehen, aber die Tiefe fehlt. Und das ist halt ein Punkt, wo man sagen muss, okay, hier wird es gefährlich. Es werden halt relativ unkommentiert wirklich schwerwiegende Verhaltensstörungen bei Personen einfach mal so genannt und dann so abgetan wie, ja, da musst du jetzt mit klarkommen und es ist schon irgendwie okay. Und das ist wirklich ein relativ großer Kritikpunkt an dieser Staffel vor allen Dingen. Das ist schon heikel, muss ich sagen. Trotzdem haben wir hier eine Serie, die einfach irgendwann mal richtig gut begonnen hat, sich dann eben im Verlauf an seinem eigenen Anspruch irgendwie verheben musste. Das musste, das musste also irgendwie so kommen. Und deswegen haben wir es hier so mit diesen inkonsistenten Ausarbeitungen von diesen verschiedenen Aspekten zu tun. Und das ist halt etwas schade, denn zugutehalten muss man der Serie tatsächlich. Die hat es geschafft, ihre zahlreichen Figuren zu managen irgendwie, irgendwie auch am Ball zu bleiben, zumindest bei den wichtigen Hauptfiguren. hat es auch geschafft, dass man als Zuschauer über vier Staffeln hinweg eine gewisse Beziehung zu diesen Figuren aufbaut und mit diesen auch mitfiebert. Das war dann auch tatsächlich das, was meine Unlust in Bezug auf das Schauen der Staffel 4 sehr gut weggewischt hat oder zumindest verstecken konnte, denn ich war schon sehr gebannt. Ich wollte wissen, wie es weitergeht oder wie es zu Ende geht. Vor allen Dingen wollte ich wissen, es ist in gewisser Maßen halt auch spannend. Es hat immer noch so eine leichte Sogwirkung irgendwie, weil man natürlich über drei Staffeln hinweg so eine enge Beziehung aufgebaut hat, dass man einfach drin ist, sich irgendwie nicht wie zu Hause fühlt, aber irgendwie so einfach so einen Bezug hat, weil man schon so lange mit den Figuren verbracht hat. Das ist schon ein positiver Aspekt und man muss natürlich sagen, hier steckt natürlich richtig Geld drin. Es ist ein wahnsinnig hoher Produktionswert, der hier abgefahren wird. Es ist super solide gefilmt. Es sind wirklich fantastische Jungdarsteller. Das kann man nicht anders sagen, auch wenn die Figuren, Konstellationen und auch vor allen Dingen, wie die Charaktere mittlerweile geschrieben sind und sich entwickeln, nicht mehr so wirklich nachvollziehbar ist. Da kann auch der beste Schauspieler am Ende nichts mehr bei rausholen. Das funktioniert schwierig für manche Figuren. Vor allen Dingen die Hauptfigur seit Staffel 1, Clay Jensen, ist in Staffel 4 wirklich grenzwertig nervig und ist eigentlich wirklich nur so ein Trauerklost, der in der Ecke sitzt und immer ein panisches Gesicht macht und eigentlich gar keinen Frohsinn mehr in sich trägt. Also das ist schon schwierig, diese Figur so verkümmern zu sehen. Aber sei es drum. Vor allen Dingen war es halt schwierig, wenn wir nochmal auf Staffel 3 blicken, dass eben einer der größten Antagonisten, Bryce Walker, gespielt von Justin Prentice, dort halt sehr, sehr stark in ein Licht gerückt wurde, welches schon fast sympathisch ist, was im Zusammenhang, an der Stelle das spoiler ich nicht, schon doch etwas grenzwertig erscheint. Aber es ist nun mal so, die Seiya hat das so gemacht, hat sich dann auch in Staffel 4 wenig nur noch auf ihn konzentriert und hat eben vor allen Dingen diese angesprochenen Themen, die sie hier behandelt. Und der Abschluss des Ganzen ist so la la. Es ist relativ offen. Man hat ein paar Hoffnungsschimmer. Man sieht aber einfach in meinen Augen kein schönes Resümee für das Ganze. Man hat wirklich eigentlich einen faden Beigeschmack, denn vor allen Dingen eben die Hauptfigur ist mit verschiedenen psychischen Defiziten ausgestattet, die dann so hingestellt werden wie, ja, du, er wird das schon irgendwie packen. Das ist auch auf jeden Fall der Grund dafür, dass ich mir denke, mittlerweile ist die Zielgruppe oder sollte die Zielgruppe eine durchaus Erwachsenere sein, die mit all diesen angesprochenen Themen klarkommt. An der Stelle also wirklich die Trägerwarnung, wer zart beseitet ist, wer psychisch labil ist, wer schon mal in Verbindung mit sexueller Gewalt stand, mit Rassismus, mit Diskriminierung, mit psychischen Krankheiten wie Depressionen, dissoziativen Störungen und Ähnlichen, der sei auf jeden Fall gewarnt. Diese Serie spricht diese Sachen an, zeigt diese auch relativ rigoros und bietet nicht wirklich Lösungen oder hält auch nicht wirklich ein, wie soll man das sagen, man wird nicht betreut als Zuschauer irgendwie. Also man muss da schon irgendwie mit klarkommen und wer da wirklich so sich das alleine anschaut und dann nicht den Punkt findet, sich Hilfe zu suchen, der kann durchaus in seinem Krankheitsbild noch bestärkt werden. Das würde ich durchaus hier so nennen wollen. Von daher bitte aufpassen, wer sich das ansieht. Ansonsten ist alles irgendwie schon im Stil von Staffel 1, zumindest wie es erzählt wird, wie es geschnitten ist, wie es aussieht, wie die Darsteller sich verhalten. Das ist natürlich alles insgesamt schon irgendwie aus einem Guss, aber es ist eben einfach substanziell wesentlich geringer geworden beziehungsweise völlig überfrachtet mit Themen, die es einfach nicht stemmen kann. Das muss man hier als Fazit ganz klar ziehen. Man hat eben auch das Gefühl, man wollte nur um einen bestimmten Teil der Geschichte weitererzählen. Man verabschiedet sich von Figuren, die in anderen Staffeln eine große Rolle gespielt haben und zeigt sie irgendwie mal so in der letzten Staffel mal so für ein paar Schnittbilder mit, behandelt sie aber halt eben überhaupt nicht. Manche Figuren tauchen gar nicht mehr auf. Also so richtig rund hat man das Ganze nicht gestalten können. Dazu ist es aber auch einfach viel zu komplex gewesen. Man hat sich zu wenig Zeit genommen. Hier eben wie gesagt eine verkürzte Staffel mit nur zehn Episoden, wobei manche tatsächlich länger sind als die üblichen, sage ich mal, 50 bis 60 Minuten. Es gibt tatsächlich auch eine in viel Spielfilmlänge. Also es ist sehr ambivalent, wie ich das Ganze sehe. Ich muss sagen, es war okay, dass ich es gesehen habe. Es wäre vollkommen okay gewesen, wenn ich es mir nicht angeschaut hätte. Aber der Monk in mir will die Vollständigkeit. Deswegen alle vier Staffeln gesehen. Ich kann jetzt sagen, ich habe es gesehen. Ich werde mir in Zukunft sicherlich Staffel 1 irgendwann mal wieder anschauen. Die hat mich wirklich geflasht. Die war wirklich gut. Die hat mir gefallen. Da habe ich mitgelitten. Das war für mich an Spannung auch kaum zu übertreffen. Das hat mir gut gefallen. Was irgendwann mal daraus geworden ist, ist jetzt nicht mehr so schön. Ich finde, spätestens nach der zweiten Staffel hätte man das Ganze irgendwie auflösen sollen. Aber man kennt das, wenn irgendwas erfolgreich ist und auf dem Level irgendwo sich bewegt und immer wieder natürlich auch so viel Aufmerksamkeit generiert durch diese harten Themen, dann muss das natürlich auch weitergeführt werden von den Machern dahinter. Und das ist nun mal so, wie die Welt heute tickt. Ich muss sagen, wenn ich eine Wertung vergeben müsste, und das muss ich hier tatsächlich, von 0 bis 5 Kassetten, würde ich mich wohlwollend tatsächlich für drei Kassetten noch entscheiden bei all der Kritik. Denn ich muss zugeben, es hat mich unterhalten in gewisser Weise und es hat mich auch fesseln können. Ich habe mich also nicht gefragt, wie war es jetzt vorbei. Aber was so inhaltlich substanziell daraus geworden ist, ist durchaus schlechter als irgendwo mittelmäßig, sondern es ist schon eher ärgerlich, was da abgegangen ist. Trotzdem ist eine gewisse Qualität dahinter und man kann sagen, okay, wer es angefangen hat, wer irgendwie auch an Staffel 3 noch nicht sauer die Fernbedienung in dem Fernseher gepfeffert hat, der kann sich die vierte auch noch anschauen. Ja, damit sind wir hier schon am Ende dieser kleinen Solo-Review von der vierten Staffel Tote Mädchen lügen nicht. Mein Name ist Berg, man kennt mich aus Stevens-Bollberg. Wer da also Interesse hat, mich mal außerhalb vom Tele-Stammtisch zu hören, beim Podcast Stevens-Bollberg, wo ich mit meiner besseren Podcast-Hälfte, dem Steven über alles Mögliche, was ich so um Kino, Filme und Serien dreht, mich unterhalte, der kann da gerne mal reinhören. Da freuen wir uns sehr, sehr drüber. Findet ihr auch hier in den Shownotes. Und dort bekommt ihr nicht nur jede Woche sonntags eine normale Folge, wo es auch so um News und allgemeine Themen und ein kleines Quiz geht, sondern jeden Donnerstag auch eine Themenfolge, die sich abwechselt. Manchmal machen wir Filmlisten zu gewissen Themen, manchmal sagen wir einfach nur, was wir so in den letzten zwei, drei Wochen alles weggeguckt haben und abgebincht haben an Serien, an Filmen, an Dokumentationen, an allen möglichen. Da reden wir auch immer spoilerfrei drüber, sprechen auch mal Empfehlungen aus oder raten ganz dringend von irgendwelchen Sachen ab. Und dann haben wir noch ein Format, welches dann völlig frei ist von allem, was mit Filmen zu tun hat, denn unser Format Stephen Quatschberg beschäftigt sich mit allem, was uns so bewegt, alles, was wir so an Hobbys haben, außerhalb vom Filmeschauen. Ja, und dabei haben wir immer sehr viel Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Checkt gerne mal unseren Kanal. Ihr findet uns überall auf Instagram, Facebook, Twitter und natürlich auf unserer Homepage www.stevensbollberg.de. Mir hat es Spaß gemacht, hier auch mal allein zu sitzen. Ich hoffe, ihr seid gut unterhalten, kommt gut nach Hause, wenn ihr noch unterwegs seid. Ansonsten, ja, gute Nacht oder was auch immer ihr tut. Schaltet wieder ein beim Tele-Stammtisch. Ciao, ciao. Herzlich willkommen beim Tele-Stammtisch und herzlich willkommen, lieber Max in der Leitung. Hallo, lieber Andi. Hi, ja, lange nicht gehört. Endlich mal wieder einen neuen Film besprechen wir heute. Und zwar die schönsten Jahre eines Lebens. So, jetzt habe ich es geschafft und nicht wieder mit dem anderen Film verwechselt. Blöde ist nur, ich habe ihn diesmal trotzdem wieder nicht gesehen, weil die Pressevorführung einen Tag vorher abgesagt wurde, weil sie sich doch noch nicht ganz sicher waren, ob das schon alles rechtens ist, dass sie doch eine Strafe kriegen oder so. Das haben sie wohl nicht ganz abgeklärt, ob das für journalistische Zwecke schon geöffnet werden kann, das Kino. Und dann haben sie es doch einen Rückzieher gemacht. Aber du, Max, hast einen Stream schauen können zu diesem Film. Absolut, ja. Genau, und wenn die Kinos dann mal wieder aufmachen, könnt ihr den auch schauen. Ab dem 2. Juli lese ich hier gerade. Und der Film ist von Claude Lelouch. Lelouch? Lelouch. Lelouch. Ach Gott, mein Französisch ist ein bisschen eingerostet. Deswegen versuche ich jetzt erst gar nicht, die Schauspieler vorzulesen. Oder ich doch, ich mache es mal am besten, falls sie doch jemanden kennt. Ich kenne weder den Regisseur noch die Schauspieler. Also, ich habe zu dem Film, wie gesagt, inhaltlich und überhaupt wenig zu sagen. Ich versuche jetzt nur noch kurz die Schauspieler und dann überlasse ich dir das Wort. Hier, Anouk Aimé, Jean-Louis Trintignant. Trintignant. Ach Gott. Ich helfe dir einfach. Es sind wirklich mega bekannte französische Schauspieler. Na toll. Also, die Schauspielerin Anouk Aimé, dann Jean-Louis Trintignant und Suat Amidou. Die spielen da mit. Ach Gott. Ja, dann halte ich jetzt einfach mal die Klappe. Er dauert auf jeden Fall eineinhalb Stunden. Und ich habe gehört, es ist eine Fortsetzung, die irgendwie mehrere Jahrzehnte nach dem Original jetzt gedreht wurde. Also, das war das Einzige, was ich jetzt auf die Schnelle noch mitgekriegt habe. Aber sonst, worum geht es denn, Max? Ja, also, es geht grundsätzlich darum, dass eine uralte Liebe von einem Weiberheld, der Jean-Louis Trintignant, spielt auch die Rolle namens Jean-Louis. Und er ist, sag ich jetzt mal, dement, sitzt in einem, ja, in einem edlen Seniorenheim und redet eigentlich nur noch von der einzigen großen Liebe. Also, er war der Weiberheld, er war Rennfahrer, Autorennfahrer in den 60er Jahren und der Sohn, der ihn sehr mag, der aber auch immer mehr in Vergessenheit im Hirn von Jean-Louis gerät, also erinnert sich auch nicht oft, dass er einen Sohn hat, versucht irgendwie seinem Vater ein bisschen, ja, Gedankenfutter zu geben und nimmt Kontakt mit der Anne auf. Also, die Anne wird eben gespielt von der Anouk-Emy. Die lebt wunderbar, ist, glaube ich, ja, Großmutter ist sie noch nicht, aber mit ihren Kindern und so weiter und hat einen kleinen Laden und besucht ihn halt und er erkennt sie auch nicht wirklich und es ist aber so, dass dann sozusagen bei ihm auch und bei ihr auch natürlich die ganzen Fragmente der großen Liebesphase, die sie hatten und ich weiß jetzt gar nicht, wie lange die gedauert hat, sagen wir mal, vielleicht drei Monate oder sowas und dann ist er halt weiter weiberheldisch als Rennfahrer durch sein Leben geschritten und sie hat auch gesagt, nee, also leider nicht und es ist eigentlich ja so eine Art Rückschau, eine Rückschau und ja, das ist das Hauptthema von diesem Film. Okay, hast du den ersten Teil oder die hast du auch nicht gesehen, gell? Nee. Ich glaube, zwei gab es sogar, oder? Weil 66 oder 67 genau, dann gab es noch einen von 86 genau, ich hatte dann auch nochmal recherchiert, also der Ursprungsfilm heißt Ein Mann und eine Frau ist 66 gedreht worden, ich habe mir auch nochmal den Trailer angeschaut, den Film selber habe ich nicht gesehen. Hat sogar zwei Oscars gekriegt, gell? Ja, durchaus, also das, was im Trailer auch drin ist, denke ich, was in den 66er Jahren dann einfach für wilde Autorennen und für feurige, knisternde, ja, Liebe-Szenen, also jetzt nicht hochpornografisch oder sowas, aber die beiden sind also wirklich absolut gerühmt dafür worden, also wie gut sie diese Rollen gespielt haben und dann soll es eben 86 nochmal einen Film gegeben haben, der ein Mann und eine Frau 20 Jahre später ist und dann kamen eben jetzt die schönsten Jahre eines Lebens als Ende sozusagen einer Trilogie. Aber es sind immer die gleichen Schauspieler, also immer Trentignon und Aimée und das ist bestimmt für die Fans durchaus nett, einfach zu schauen, ja, wie geht's denn denen in ihrem Rollenleben, ja. Finde ich auch, klingt spannend und was ich jetzt noch in der Frage hatte, weil du ja auch gesprochen hast darüber, der ist dann irgendwie dement und ist im Altersheim oder so, ist der Film dann eher so ein bisschen sehr melancholisch und sagen wir mal schwer oder ist der dann eher so eine beschwingte, leichte, locker, Liebesgeschichte? Ja. Das klang jetzt schon ein bisschen ernster oder ein bisschen traurig halt einfach. Ja, nee, nein, aber also eher das Letztere, also es ist locker, es ist positiv, es ist natürlich auch, also der Trentignon, also die Rolle, die er spielt, geht also relativ souverän, 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 souverän mit dem Wissen um seine Vergesslichkeit um und nee, also wenn man jetzt mal so einen krassen Vergleich zu Honig im Kopf zum Beispiel ziehen würde, dann ist der weder schenkelklopferisch noch, dass der Krankheit jetzt nicht genügend Raum eingefüllt wird, sondern es geht eigentlich hauptsächlich darum, dass bei den beiden einfach, ja wahrscheinlich das schönste Gefühl, das sie in ihrem Leben gehabt haben, einfach hochgespült, hochgeploppt wird und in irgendeiner Form gefeiert wird, ja. Ja, cool. Ja, das ist jetzt aber witzig, weil das erinnert mich jetzt doch ein bisschen an den, die schönste Zeit unseres Lebens, dieser französische Film, der vor kurzem erst rauskam und dann ging es ja auch um einen älteren Mann, der irgendwie durch so eine Agentur die Zeit, wo er seine damalige Frau kennengelernt hat, sich nochmal so Truman-Show-mäßig wird es dann nachgestellt, dass er sich an den Moment erinnern kann, als er seine Frau damals kennengelernt hat, irgendwie, so ein bisschen ähnlich kam. Ja. Cool. Ja gut, den habe ich natürlich nicht gesehen, aber es ist dann wahrscheinlich schon vergleichbar, weil er sagt auch immer, sie erinnern mich an, sie erinnern mich an die größte Liebe meines Lebens, also er erkennt sie ja eigentlich nicht und sie geht aber damit auch total liebevoll um, sage ich jetzt mal und was in dem Film auch wahnsinnig schön ist, dass es dann so, 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 so Fluchtsequenzen gibt, wo er immer sagt, er möchte aus diesem Altersheim einfach mal ausbrechen und sie hat so eine total alte, graue, durch wo, Ente und dann fahren sie halt übers Land und fahren dann irgendwie wieder in das Hotelzimmer, wo sie, also ihre, ihre Liebesnächte sozusagen verbracht haben und ich will da nichts spoilern, also ich glaube, es ist jetzt auch nicht so, dass der Film hochspannend ist, oh Gott, wie wird es ausgehen und das sind dann aber auch wieder so Fantasien, die er eigentlich hat oder die sie hat, also du weißt immer nicht, ist er jetzt noch in diesem Altersheim oder träumt er sich an die schönsten Orte seines Lebens wieder zurück oder sind es ihre Träume und das finde ich wahnsinnig locker und leicht und schön, ja, gemischt, ja, ich meine, der Lelouch, also wenn man mal schaut, was der alles gemacht hat, der hat mega viele gute Filme gemacht und ich habe jetzt eine andere Kritik gelesen, da wird ihm vorgeworfen, dass es also wirklich lieblos dahingeschnipselt ist und kein Vergleich, also von der, Intensität von 1966, aber jetzt mal ganz ehrlich, ich weiß jetzt gar nicht, wie alt der Trentignon ist, aber wenn der, keine Ahnung, 1966 20 Jahre alt war und der Lelouch ja wahrscheinlich auch, dann sind das jetzt mal ganz freischnauze gesprochen, wirklich lauter alte Säcke und Säckinnen, die dann einfach ja auch ihren Kinoerfolg nochmal feiern und das darf gemacht werden, also ich werfe dem Film diesbezüglich überhaupt nichts vor. Ja und wenn das vielleicht an Intensität, vielleicht ist das auch eine falsche Erwartungshaltung, weil es ist ja dann eher so ein Ausklingen vielleicht. Ja. Ich habe beide nicht gesehen, deswegen halte ich mich jetzt hier mal zurück. Nee, also ich hatte wirklich das Glück, dass ich die beiden Filme gar nicht so gesehen habe, sondern da auch absolut unvorbereitet mich einfach diesem Film gestellt habe, weil es werden natürlich schon sehr viele Sequenzen aus dem Original von 1966 mit reingebracht, ja. und wo du dann auch sagst, boah, also jetzt so, wenn du keine Ahnung hast von der Vorgeschichte, dann sagst du, boah, also da haben sie ja wirklich, also die Verfilmung der jungen Liebe, also wirklich geil für selbst, also die schauen sehr ähnlich aus. Es kommt dann auch eben der Sohn Antoine vor, ja, der ja überhaupt das im Altersheim arrangiert und auch Antoine heißt auch als Schauspieler Antoine und der hat auch damals den fünfjährigen Jungen gespielt, also in der 66er-Episode und ich glaube, für Leute, die diesen Film einfach gemocht haben, ist es auf jeden Fall nochmal so eine Mega-Feier obendrauf noch, ja. Also, dass das alles noch mit den Original-Schauspielern, die eben halt jetzt, müssen wir mal wieder Kopf rechnen, 44 Jahre älter sind als, ja, als damals, finde ich alles gut. Und eben für Leute, die diese beiden Filme vorher nicht gesehen haben, ist er definitiv verfolgungswert, transparent angegeben. Ja, das wollte ich auch noch fragen, genau. Also es ist leicht verständlich. Also es ist nicht so, du denkst so, hä? Aber das dachte ich mir schon fast. Nee, und es gibt auch eine echt coole Sequenz, da muss ich mal ganz kurz auf meinen Spickzettel schauen. Das ist nämlich ein Kurzfilm, den er gemacht hat, finde ich jetzt gerade doch nicht. Ein Kurzfilm, der eigentlich nur davon handelt, dass jemand nach seinem Rendezvous mit Tempo 200 um 6 Uhr morgens durch Paris saust. Und diese ganze Sequenz wird auch gezeigt, wo ich auch gesagt habe, wo diese Sequenz kam, also ich trau es irgendwie so vier, fünf Minuten, wo ich dachte, boah, wie geil ist denn das? Und dann dachte ich, ja, wow, der hat ja wirklich eine so geile Sequenz jetzt im Jahr 2018 gemacht, also wo der Film gedreht wurde. Aber nein, es ist auch ein Kurzfilm von Claude Lelouch, den er da eben auch noch reingepackt hat. Also ist es ein Film im Film? Es sind mehrere Filme im Film, ja, es sind also immer so die Gedanken. Also ich fand ihn gut, ich fand ihn richtig gut, den Film. Ja, klang für mich auch interessant. Jetzt werde ich nur noch mal schauen, ob man das Original irgendwo gucken kann. Aber ich mache mich mal auf die Suche. Genau, also es macht auf jeden Fall Spaß und das ist, glaube ich, auch so ein Fazit, eben noch mal in die Originale reinzuschauen. Also worauf bezieht sich da was und so weiter. Aber ansonsten sind wirklich zwei alte Leute, die treffen sich im Altersheim. Das ist sozusagen frisch gedreht worden. Und das ganze andere, was eben von der Musik her, das sind also ganz bekannte französische Lieder, die auch in der 66er-Variante schon sind, so da, 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 war, 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 war. Also typisch 66er. Und ja, man kann ihm vorwerfen, dass er gar nicht mehr viel großartig Neues dazu gemacht hat. Aber hey, so ist es halt, wenn man 90 Jahre alt ist, dann die meisten, die meisten leben in der Vergangenheit. Ja, und dann darf ein Film das auch einfach so machen. Ja, wie wenn man noch mal das Fotoalbum durchschaut ein bisschen. Ja, ja, ja. Aber cool. Ja, und vor allem, weil du gesagt hast, das macht Spaß, weil ich hatte so ein bisschen bei der Inhaltsangabe und so und vielleicht Poster und Trailer schaut, wusste ich halt eben nicht, ob der dann vielleicht so ein bisschen zu Depri wird, aber leider gar nicht so. Die beiden sind einfach mega gute Schauspieler, also weißt du, wenn du das mit irgendwie so einer zweitklassigen Besetzung gemacht hättest, dann hätte man wahrscheinlich gesagt, geht gar nicht, aber die beiden haben es halt echt drauf, also einfach von Blicken, von Synchronen, ich habe es ja nicht im Original gesehen, doch, ich habe es im Original mit Untertitel gesehen, klar, nee, super, also schauspielerisch super, wunderbar. Okay, ja, Punktewertung hast du schon gehört. Ja, also ich meine, fünf Punkte würde ja bei mir immer bedeuten, ich kaufe mir den Film, sobald er als Blu-ray verfügbar ist, ich würde ihn sofort nochmal mit fünf Freunden anschauen, das tut der Film jetzt bei mir nicht, deswegen das ist der einzige Grund, warum ich ihm nicht fünf gebe, sondern ich gebe ihm einfach mal vier Punkte, weil ich finde einfach, es ist ein sehr guter Lilusch-Film und ja, also mit dem ganzen Background-Wissen, den ich jetzt auch mit dir und mit euch geteilt habe, gut gelungen, super gemacht. Ja, fein. Ja, du, es klang jetzt ja so, du kennst den Regisseur und dich da ein bisschen besser aus als ich. Ja. Hast du für mich jetzt und natürlich auch immer auch für unsere Zuhörer noch ein, zwei Film-Tipps von diesem Herrn, wenn ich mir jetzt mal das Werk von diesem Lilusch näher bringen will? Jetzt das Mariechen, jetzt 100% präsent, ehrlich gesagt nicht, ehrlich gesagt nicht. Ja, ich habe die Probe gestellt. Ja, ja, ja. Aber ich habe mich jetzt nur gefragt, was ich mir von dem noch reinziehen könnte, weil der ja, ich habe mir seine Liste aufgemacht, so, ja, die dreht ja seit 60er Jahren, jedes Jahr einen Film. Ja. Aber sagt mir jetzt nichts, was? Außer Les Miserables, aber es ist wahrscheinlich nicht der, den ich meine. Das ist jedenfalls nicht das bombastische Musical. Das ist auf jeden Fall nicht. Nee, kann ich jetzt keine dringende Empfehlung gerade aussprechen. Aber er ist halt wirklich ein absolut guter französischer Regisseur für eben französische Filme, wo immer viel geredet wird und so weiter und so fort. Genau. Ja, dann vielen Dank für deine Informationen und Tipps und Empfehlungen. Bitte gerne. Hoffentlich hören wir uns bald oder sehen uns sogar mal im Kino. Oh ja, sehen im Kino. Das wäre schön. Das wäre mal richtig gut wieder. Definitiv. Ja, bald. Das kriegen wir wieder hin. Dann danke nochmal und bis bald. Bis in Wälde. Lasst es euch gut gehen. Applaus